Der Osterhase ist das bekannteste Symbol des der Osterzeit. Denn er bringt die Osterreier und andere süßen Lehrereien am Ostersonntag. Der Osterhase symbolisiert die Fruchtbarkeit. Seit dem 17. Jahrhundert backen die Deutschen an der Ostern die Osternhasen. Heute backen wir auch Osterhase. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017